so liebe leute herzlich willkommen zurück zu der gta san adres würde ich mal so sagen ja wir machen jetzt heute weiter wir fahren jetzt so the truth da ist man zumindest unterwegs mal gucken was der für uns hat an mission weil die letzte die wir vorhin hatten war ja okay die letzten beiden folgen hatten wir ja jeweils ein rennen was wir dann jeweils beim zweiten versuch der männer geschafft haben mich auch froh darüber dass wir es geschafft haben weil die dinge waren immer nervig aber es hat dann am ende relativ ja ich würde fast über reden eigentlich wenn geklappt zumindest in den zweiten versuch weil wir dann wusste auch wie die straße lief so wir fahren zu der ist hier irgendwo wo zur hölle okay wir müssen also aussteigen are you going to san fiero scheinbar dass wir denn in den dritten teil der stadt dürfen okay peace i've got everything you need lone traveler it's in the mothership back there thanks man look here go your paper ah the karmic circle closes all as it should be back to the egg damn man must be two tons of that stuff back there damn man must be two tons of that stuff back there three rama what the fuck that noise hey that's sound like a chopper oh man narcs you fucking rat what's are you dude don't put that on me you don't want to deal with 10 penny what's all this all calm brother panics the way to bad karma yeah we got to church those fields i only hope kaya can forgive us hmm mmhmm hmm ah 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 yeah Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und noch 4 Minuten Hm. So, hier ist ja alles erledigt. So, hier ist ja alles weg. Oh, ich fühle mich nicht gut. Das ist ein Schmerz, ist es? Nein, ich glaube, ich werde es schlafen. Fight the ocean, dann schlafen Sie, brother. Karl, Mann, wir nehmen die Mothership, und holen uns hier raus. Go get her fired up. Ich werde es schlafen, und ich folge sie. Shit. Scheiße, ich kann, da geht es ja. Da haben wir zwei Minuten. Ah. Shit. Ich weiß nicht. Nicht ganz geschafft. Scheiße. Oh. Ich hab's geschafft, liebe Leute. So gerade, wirklich in der letzten Sekunde. Oder? Nein! 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 Nicht wirklich! Sprich mit den Truths und dann sagt er mir Okay, vergiss es. Zoom-Muster. Mann, leck mich doch am Arsch, Alter. Und ich hab kaum noch... Ah, super. Shit, Alter. So, ich muss gleich wieder ein bisschen Energie mal klar machen. Scheiße! Wir hatten es geschafft, wie wir in der letzten Sekundar-Jegung Ja, das müssen wir natürlich nochmal neu machen. walking,Herische Person. los rappelle Ah! 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 Scheiße, Alter, soll ich mich ein bisschen konzentrieren Da steht tatsächlich nur ein Buch Das war jetzt Oh, ich liebe es Das war's für heute. Und diesmal sieht's auch was im Bisshaus. Das war's für heute. Das letzte Teil dahinten. Und wir haben noch... Da haben wir 46 Schuss. Also das erste Schuss, mehr oder weniger. Krieg ich die noch weg? Krieg ich die... Ah, ich krieg die nur mit dem Ding weg, ne? Das war's für heute. Was ist denn da noch? Da ist noch was. So, kann ich jetzt, äh... Ich hab noch anderthalb Minuten. Da sind noch ein paar. Scheiße! Ich mein, das sind nur noch vierzelchen, ne? Das bisschen müssen wir noch wegkriegen. Ah, ich sieh's auch schon. Okay. 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 Wir haben noch 40 Sekunden. Okay. 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 Nein 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 Scheitert an diesem scheiß Heli auch noch Leck mich Doch einer am Arsch Weil ich diesen Drecks Heli nicht treffe, weißt du? Das ist zum Kotzen, weißt du? Das ist zum Kotzen, weil ich den scheiß Heli nicht getroffen habe Kackt der mich gerade Fuckt der mich gerade ab Gut, dann müssen wir es halt in der nächsten Folge nochmal neu probieren Und das ist zum Kotzen, weißt du schon mal genau das später für heute schon mal